Yay! Neuer Part! Herzlich Willkommen! Zunächst bei Mark Brothers 2 Part... Ähm... Keine Ahnung, was Part... Ja, ich hab'n was versucht... Ähm... Das ist jetzt der Part, der eigentlich heute kommt, wo die Welt untergeht... Ich hab' vergessen, meinen Stuhl unterzustellen... Ähm... Bald kommt der New Super Mario über das CU... Also in 5 Tagen... Beginn... Äh... 5 Tagen... 4 Tagen beginnen die Let's Play Togethers... Falls ihr's jetzt geguckt... Vielleicht sind sie auch schon da... Wir kacken jetzt ab, wir kacken jetzt ab, wir kacken jetzt ab, wir kacken jetzt ab... Ich will die Helligkeit umstellen für euch, natürlich... Ähm... Das vergesse ich immer mal wieder... Äh... Das tut mir natürlich auch sehr leid... Ich habe da... Ähm... Dingsbums... Ich vergesse das immer... Ja... Ich habe jetzt einen Ferienfall zu jemanden fragt... Ähm... Ja... Schellen sind Leute... Ja... Ähm... Was ist... Ähm... Kommt hier irgendwas wertvolles raus? Wow... Leben... Wofür haben wir eins kriegt haben... Das ist hauptsächlich gemacht für zwei Spieler... Dann geht das besser... Hier kommt jetzt Münze raus... Na klar... Wir haben's verkackt... Ein Glück... Nein... Nein... Wie spawnst du nochmal... Nein... Ich wollte... Fahr... Hier vier Blumen... Da haben's bisschen übertrieben... Ähm... Wir müssen in den Level nochmal rein... Wieso nur... Wieso nur... ... Mensch... Oder war da ein Secret Exit... Wartet... Ich guck mal nach... Ich hab ja neben mir die Endzone liegen... Ausgabe... Ausgabe... 10 2012... Also Ausgabe 186... Und da steht... Okay... Da stand jetzt nichts konkretes... Da bin ich denn... Das ist Wahnsinns... Das ist so... Haaa... Ach ja... Dieses... Äh... Dieses Projekt wird wahrscheinlich bald pausiert... Dann... Wenn die Let's Play Togethers kommen... Weil... Es wird leider pausiert... Boah... Hier wär ja übelst was gekommen... Naja egal... Jetzt kommen wir glaube ich auch irgendwie... Weiter oben raus... Ja... Sonst wär man hier hinten raus gekommen... Da... Alle drei Sternmünzen haben wir... Ja... Da... Mach ihr time... Okay... Wir müssen den Level nicht mehr rein... Und so wie es aussieht... Schließen wir heute die Pilzwelt ab... Ja... Im dritt vorletzten Part... Also das ist... Naja... An einer der letzten Parts bevor dieses Projekt erstmal pausiert wird... Fickt euch... Nein das meine ich natürlich so nicht... Dieses Let's Play wird ja dann pausiert... Weil... Dann ist bei Mario Bros. U... Startet... Nintendo Land wird lange auf sich warten... Aber... Mario Bros. U... Werden wir durchwaschen... FIFA 13 und Nintendo Land werden dann weiter folgen... Wenn... Nies bei Mario Bros. U... Zu Ende ist... Äh... Alter... Nimmt der ein und eine halbe Pixel... Äh... Äh... Der mehr Pixel ein? Ich habe es jetzt gerade nicht verstanden... Und direkt vor der Zielfahne... Aber da hinten war noch die Sterne... Und hier... Hä? Da oben ist nur eine sichtbare Wand... Fick dich... Ha! Und wir hatten vor allem noch ein Item... Und ich habe es nicht gesehen... So eine Kacke... So eine Kacke... So ein Bullshit... Hä? 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 Wir müssen uns umbringen... Ne... Jetzt habe ich auch noch die Fahne geholt... Wir spielen es da gleich nochmal... Ich brauche eine... Tanucke... Ich muss es wechseln... Weil den Tanucke brauchen wir für die eine Sterne... Scheiße... Die können wir ja nicht töten... Habe ich vergessen... Ha! Nein! 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 Oh mein... Mann! Naja... Die Parts kommen immer so nachmittags... Gegen abends... Ich plane immer so ab 15 Uhr... Nein! Ich hätte es vor... Einsetzen sollen... Bin ich dumm? Was mache ich? Da oben ist... Eine Versperrung... Und ich zeig euch vielleicht auch warum... Weil hier... Ist das Secret... Also... Naja, nicht Secret... Die Trittsternmütze... Entschuldigung... Und dann müssen wir das nochmal durchspielen... Und dann war es auch das... Mit diesem Part... In welche Welt kommen wir denn jetzt überhaupt... Keine Ahnung... Äh ja... Auch in die Tritte... In die Tritte werden wir dann hoffentlich noch bis Weihnachten schaffen... Also in den nächsten drei Parts... Kleiner Schwast... Vor allem ich hätte es ja auch geschafft... Bloß ich habe aus Versehen irgendwie nach unten geklickt... Dabei wollte ich Rennen klicken... Also hier einfache Taktik... Wie immer nur auf ihn drauf springen... Okay... Wir haben es kapiert... Und der ist down... Wir holen uns diesen Schlüssel... Der hier gleich runter kommt... Und spielen das Casteln... Casteln... Beziehungsweise Schloss... Nochmal... Wir haben übrigens 144 Leben... Naja... Achso... Speichern... Eigentlich soll es den 10 Minuten Part werden... Aber... Dadurch dass er jetzt länger geworden ist... Naja... Habt ihr eben was längeres... Achja... Die Kanone fehlt noch... Die machen wir dann im nächsten Part... Ich frage mich auf... Wo irgendeins die hinführt... Das mit dem Alter machen wir natürlich immer als letztes... Scheiß unsichtbare Wände... Hier ganz viele Y-Lons... Ich werde jetzt keine Werbung machen... Aber wie weit wird die... Ich hasse Weititi... Also... Haben sich für die Werbung machen... Nö... Ihhh... 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 Alter... Sind ja jetzt die erfolgreichsten YouTuber... Weil davor ist ja nur Konter... Und die kann man ja angeblich nicht mitsehen... Und das ist nämlich... Ein Musikkanal... Okay... Jetzt... Und ähm... Ja... Die Außenseiter haben... Wurden leider überholt von ihm... Ich bin... Mag eher die Außenseiter mehr als... Weititi... Äh... Weititi... Ich spreche jetzt immer falsch aus... Hallo... Na klar... 145 leben jetzt schon... Und ähm... Wir waschen wieder durch... Wir bringen ihn nochmal um... Er ist ja... Leicht... Wenn man das so sagen darf... Achso... Ja... Ich sollte ja klicken... Und nicht irgendwie... WTF... Wie man sich... Ich die ganze Zeit versuche an meinen scheiß Tanuki ranzukommen... Und die Schafe... Falls ihr jetzt grad was hört... Mein PC arbeitet gerade... Vielleicht wird das eventuell ein bisschen... Achso... Ja... Wir sollten uns den Schlüssel schlagen... Aber es geht doch schon automatisch so... Alter... Was... Was ist das... Warum ist der jetzt zu laut auf einmal? Achso... Ja... Speichervergang... Okay... Im nächsten Part geht's dann weiter mit der Kanone... Wo ich denn die uns führt... Seht ihr im nächsten Part... Also... Bis dann... Und... Tschüss Leute... Tschüss... Tschüss...